Herzlich Willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Schulungsvideo möchte ich einen Begriff klären und zwar die Blue Ocean Strategie. Aber wir fangen mal vorne an bei Ocean. Und man unterscheidet die Red Ocean Strategie und die Blue Ocean Strategie. Red Ocean bedeutet, dass viele, viele Wettbewerber da sind, viele, viele Fische, vor allem viele Haifische und dass es auf diesem Markt sehr konfrontativ zugeht. Außerdem sind die Claims abgesteckt, die Fründe sind verteilt. Man kann auf diesem Markt, in diesem roten Ozean, im Grunde keinen Blumentopf mehr gewinnen, wenn man jetzt der Nächste ist, der jetzt hier überlegt, ob er dazukommen möchte. Der, der das jetzt hier überlegt, soll ich jetzt hier dazukommen. Deswegen lautet die Strategie von Red Ocean weg, sich nicht da kloppen, sich nicht da streiten, nicht da in Wettbewerb gehen, wo alle sind, sondern Blue Ocean. Und Blue Ocean ist ein Gebiet, wo keiner ist. Hier ist man zunächst einmal zumindest allein. Ein super Beispiel für Blue Ocean Strategie ist diese Spielkonsole Wii von Nintendo. Hier bei Red Ocean, da ist Sony, da ist Microsoft, da sind viele, viele andere große Wettbewerber. Also raus aus diesem üblichen Markt und ein neues Prinzip entwickeln. Das ist Blue Ocean. Man hat zunächst mal keine Wettbewerber, ist zunächst mal allein. Und was ich im Moment mache, ist auch eine Blue Ocean Strategie. Ich mache Video Coachings. Video Coachings. Video Coachings gibt es bisher nur ganz, ganz wenige. Und Video Coaching ist eine super Kombination von den Vorteilen eines Buches und den Vorteilen eines Seminars. Es ist besser als jedes Buch, weil der Stoff in Bewegung gerät, dynamisch präsentiert wird und es ist preisgünstiger als jedes Seminar. Schauen Sie für die Video Coachings unter Spaß, Lernen, Denk. Das ist mein Markenname. Lernen und Spaß wieder verknüpfen. Spaß, Lernen, Denk minus Shop.de. Dort finden Sie Video Coachings zu vielen Gebieten der Betriebswirtschaftslehre. Auch zur Juristerei wird aufgebaut und ausgebaut. Schauen Sie unter spaßlein-denk-shop.de Neuartige Möglichkeiten des effizienten Lernens. Das war's. Dankeschön. Mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.